Zack! Oh, ist ja gleich hier vorne irgendwie. Ja. Guck mal hier lang. Hm? Das musst du... Ich blöd, Mann! Danke! Oh! Oh nein, nicht schon wieder eine Brände! Ja, nur eine Brände Mutti. Was tust du? Achso, ich habe den Feuermann hier weggeschossen. Oh Gott, es sind ganz viele rausgekommen. Ja, ja. Einen habe ich nochmal plattgeschossen. Blöden Säcke. Oh, ey. Ich habe jetzt hier nur eine doppelläufige Schrotflinte. Die kannst du ja richtig vergessen, ne? Ja, du kannst hier aber auch noch eine neue Waffe holen, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Muss ich dann auch in der nächsten Runde gleich machen. Ich hoffe, du hast dir Spritzen geholt. Ja, die habe ich sogar diesmal. Ich habe sogar Verbandzeug. Oh, sehr gut. Oh, guck mal, hier kann man sogar das Tor öffnen und sich freuen. Nee, doch nicht. Nur nur auf und zu. So, wo müssen wir denn lang hier? Äh, rechts irgendwo, ne? Hm? Da in die Richtung, wo du läufst. Oder einfach geradeaus, ja, hier. Ja. Aber die Atmosphäre gefällt mir ja. Schön düster. Ja, das auf jeden Fall. Das ist schon cool gemacht. Ist auch nicht so die Mega-Highend-Grafik. Ist irgendwie für sich was Eigenes, finde ich. Ja, so ein bisschen. Oh, oh, da ist einer. Wo? Oh. Hat der gekämpft, oder was? Ja. Warte mal, dann raube ich den gleich mal aus. Mach das. Alter, das ist ja krass. Du hast einen Camper getötet. Du hast ja Luchsaugen. Auf jeden Fall. Dieser Jäger wurde bereits geplündet, Alter. Das kann doch gar nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Ich hab ihn nicht geplündert. Tatsächlich? Doch. Du kannst doch hier ran und dann F drücken. Ja, hab ich gemacht. Und dann stand hier, dieser Jäger wurde bereits geplündert. Kann es sein, dass man den nur plündern kann, wenn man ihn selber erschossen hat? Ich gucke nochmal. Ja, das kann sein, also. Weil ich kann ihn plündern. Ja, dann wahrscheinlich ist das so, weil du ihn da... Hm. Oh, oh. Vorsicht. Oh, oh, oh. Alter, da bin ich sogar mit dem Kopf eben zurückgegangen. Wie das aussieht, wenn du mit der Schuhe flittet. Äh, die rotzt natürlich richtig was weg, ey. Du hast ja zwei Schuss, aber wenn die trifft, dann gibt's keinen Morgen mehr. Oh, was ist denn das? Gewitter, oder? Ich weiß es nicht. Alter, das gibt's nicht. Du hast einen Camper erledigt, ey, das ist ja... Der saß da, vielleicht hat der nicht gekämmt. Ich dachte, der gehört zur Deko, oder so. Oh, ich brenne schon wieder, das ist doch widerlich. Wollen wir erstmal zu dem hier vorn? Ja, können wir machen. Oh, ich komm hier nicht rüber. Los. Ja. Oh nein, das sind zwei Muttis. Ah, okay, dann geh ich mal ein bisschen näher ran. Und versuch die dann so gleich weg zu brezeln. Oh, da hat ein Schuss gereicht und da war Ruhe. Das ist ja sehr gut. Mhm. Alter, wie wir schon mittlerweile die Pro-Gamer sind. Alter, aber fett. Ich sag's ja, oh. Äh, hier Ruhe im Laden. Äh. Ah, siehste, meine... Meine Schrotflinte ist alle. Da kann ich nix machen. Oh, Alter. Boah. Ist er richtig... Richtig am Brutzeln, der Junge. Oh ja. Und ich vergesse auch immer wieder nachzumauen. Mh, echt. Das ist echt übel. Oh. Äh, ich geh mal an ihm vorbei hier. Ja. Und, äh... Vorsicht, der kommt hier hinterher. Naja, ich hoffe, er kann keine Leiter klettern. Naja. Ja, so. Zombie Kapuzka ja gemacht. Ah, da hinten ist das Rätsel. Zack. Runter vom Dach. Was ist das? Oh, Alter. Da kam einer im Dunkeln an, Alter. Was soll das denn? Ist doch nicht ganz knusper hier. Oh, das ist ja wie ein Gruselkabiner. Oh. Boah. Alter. Jetzt reicht's hier aber. Oh, 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 oh. Aber die kann man gut messern. Ja. Ach, scheiße. Ich hab gar keine Spritze. Na ja. Letztes Mal, ne? Hm, genau. Okay. Okay, wo ist es hier? Irgendwo drinnen, ne? Oh, ich hab's hier. Ah, super. Ist ja irgendwo noch Munition, Schrotflinte oder irgendwie sowas. Hm. Sollen wir lösen hier? Hier kommt was zum Looten. Ah, die schönen Lootboxen. Ah, das sieht aus, als hätte da einer reingelootet hier. Achtung. Und was gab's? Verbrauchsgüter gab's. Hm. Ah, warte mal, meine Pistole hat aber wieder... Oh, ich hör sie ballern. Ist nur Schroti? Die Schroti brauche ich ja. Das war ja gelöst. Da war nix mal. So. Oh Gott, ich treff ja gar nicht. Ja. Aber der verzieht manchmal auch ganz oft. Also... Okay. Also, manchmal schieß ich drauf und dann zieht da nach oben und dann... So. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Geradeaus jetzt hier, oder? Joa, komm mal einfach. Ich finde das so geil, wenn man so die Wölfe im Hintergrund hört. Ist genau meine Atmosphäre. Oh, oh, oh. Wasser, Wasser, Wasser. Schnell raus. Ohne Freischwimmer läuft hier nix. Oh, Gewitter. Sehr schön. Ich hoffe, dass unsere Gegner der Blitz beim Scheißen trifft. Oh, das wär schon wieder so ein Fackelvieh. Äh, die gehen mir auch im Sack. Diese Saatmuttern und diese Fackelviecher. Ja, diese ganzen Bränden. Naja, genau. Also, und diese Wasserteufel, ja genau. Hast du geschossen? Ne. Okay, ich werd beschossen. Und hinten? Oh. Ach du Scheiße. Ich hab einen erwischt. Da kommt der Nächste. Oh, ich bin gerade totgegangen. Hä? Von so denn? Ähm, ich bin 34 Meter hinter dir. Ähm, ich hab so'n... Warte mal, ich wechsle mal auf deine Partner-Sicht. Ja, ich bin gleich lieber. Ah, schade. Okay, war aber trotzdem cool. Ne, ich wollte gerade mich abducken und ballern und dann kam dieser blöde Zombie im Hintergrund. Sonst, ich hab den Gegner mich von Weitem gesehen. Ah. Schade. Neujo. Neujo. Neujo.